ARD Text im Auftrag von Funk Ihr solltet wissen, dass ich eine wirklich dunkle und unberechenbare Seite angehabe. Hör auf zu quatschen. Ich geb dir hier eine Chance, Herzchen. Sag Bescheid. Bescheid. Das ist so... Wir sind... Wir sind Venom! Wir sind... Venom! Nein! Ja, wir sind... Venom. Daran müssen wir noch arbeiten. Köstlich! Du bringst mich immer an die schönsten Orte! Ich brauche meine Auszeit. Wir wussten immer, dass es nicht sein kann. Dass wir allein im Universum sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es ein Geheimnis bleibt. Schnappen wir ihn uns. Oh, Kacke! Wir sind Flüchtige. Auf der Flucht. In der Reise. Wir leben den Traum, mein Freund. Echt jetzt? Nein! Eddie Brock! Mrs. Tim! Hallo! Die sind nicht ohne Grund hinter uns her. Eddie... ...ein Zuhause... ...hat uns aufgespürt. Ach du Scheiße! ...ein Zuhause! Da kommt eine Armee, die kann nicht besiegt werden! Solange Venom lebt, findet jeder... ...einfach alles... ...ein Ende. Diesmal kommen wir vielleicht nicht mit dem Leben davon, Kumpel. Eddie... ...es ist soweit. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie schnell kannst du den Bock auf Touren bringen... ...ohne ihn zu töten? Finden wir's raus! This is Crown Control's Amazing Tom! Ah! Jesus! In derоч